Musik Mein Name ist Renate Crispin. Wir sind die Barnato-Schwaben-Kreisverband Esslingen und mit Sitz im Wendlingen. Ich bin seit 1988, als die Tanzgruppe gegründet worden bin, schon dabei und habe die Tanzgruppe in verschiedenen Positionen mitgeleitet. In den ersten Jahren bis 1999 war ich hauptsächlich Gruppenleiterin und als wir 2000 eine Kindergruppe gegründet haben, also eine große Kindergruppe, die auch das erste Mal Kinder aus Wendlingen dazukamen. Seit dann hatte ich die Leitung übernommen. Wir haben unser Jahresprogramm in drei Teile aufgebaut. Wir haben Januar bis März ist die Faschingszeit von April. Meistens ist Maibaumfest in Wendlingen der erste Auftritt. Bis im Oktober sind wir in Tracht und natürlich zu manchen Gelegenheiten tanzen sie auch modern oder in Dirndl oder so. Da haben wir auch so einen bayerischen Tanz. Und von November bis Dezember sind dann Weihnachten und dann stellen wir immer Weihnachtstheater dar, die wir an unserer Weihnachtsfeier zeigen, aber auch am Bürgertreff in Wendlingen für Kinder der Wendlinger Kindergärten. Und wir besuchen aber auch Seminare, Brauchtumsseminare, wo die Kinder auch Geschichtliches mitbekommen, auch Mundart. Und wir leben das so eine gewisse Tradition. Die Kultur von der Vanater Schwaben ist sehr gemeinschaftsliebend. Die USA-Reise. In den USA hat sehr viele donauschwäbische Clubs, die im Sommer dann immer auch nach Deutschland ihre Jugendgruppen schicken. Und 2013 hatten wir eine Tournee 3000 Kilometer durch den USA. Wir sind in Philadelphia gelandet mit dem Bus dann nach Kanada, nach Kitchener, dann Cleveland, Chicago, Milwaukee, St. Louis, Cincinnati. Und das große Landesfest ist dann in Detroit. Da kommen dann einmal im Jahr alle Gruppen zusammen und feiern das große USA-Landesfest der Donauschwaben. Das ist auf jeden Fall was ganz, ganz Wunderbares. Und ich finde es sehr wichtig, hier auch in Deutschland, dass wir unsere Bräuche pflegen. Und ich habe eine große Möglichkeit bekommen, durch die Leute, die unserer Arbeit vertrauen, das hier zu machen. Und solange es funktioniert, machen wir einfach weiter. Einmal bedeutet für mich ankommen und Wurzeln schlagen. Nachdem das Mor spokesperson im Haus zu couchkartieren. Und ich werde für viele Jahre lang in Deutschland Und ric